Was ist das Besondere an Patrick Svensons, das Evangelium der Aale, ist für mich eigentlich in erster Linie das titelgebende Tier, der Aal. Ich hatte keine Ahnung von Aalen bisher. Ich hatte keine Ahnung, wie vielfältig das Leben der Aale ist, von den Metamorphosen, die sie durchmachen, von der ungewöhnlichen Geschichte, wo sie entstehen, wohin sie wieder zurückkehren, Sargasso-See. Das musste ich überhaupt erst mal googeln. Ich hatte keine Ahnung, dass die existiert. Es geht um eine faszinierende Welt unter Wasser, von der wir immer noch als Menschen viel zu wenig wissen. Das Ganze ist aber eben nicht nur ein informatives Buch über die Welt der Aale, sondern ist auch gleichzeitig ein sehr berührender Roman, der eine Vater-und-Sohn-Geschichte enthält und eine Abhandlung über das, was der Mensch diesen Planeten antut. Das Vater-Sohn-Verhältnis in das Evangelium der Aale ist sozusagen die persönliche Klammer dieses Buches. Und ich konnte mich da sehr gut einfühlen, denn die Dinge, die uns Menschen miteinander bewegen, diese großen Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir, wer sind wir, warum sind wir die, die wir sind, die werden ja interessanterweise anhand der Aale auf eine besonders interessante Weise verhandelt und sehr schön gespiegelt in dem persönlichen Verhältnis zwischen dem Ich-Erzähler und seinem Vater. Und ich finde, das ist außergewöhnlich gut gelungen.